Jo, da bist du ja. Ja, was fragen wir denn hier? Ich dachte, ich überfordere uns mit der Strecke mal nicht. Training gibt es hier übrigens nicht. Sehr cool. Ich bin soweit. Uh, Rudi hat die schnellste Wunde. Bei mir Matt Matti 21 14 0 26. Ah, dann bist du schneller 14 3. Ah, ich bin vor dir. Okay, wollen wir eigentlich in die Einstellung. Äh, was fahren wir hier überhaupt? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Äh, warum bin ich so langsam gestartet? Ah! Wollt ihr zum Teufel? Kannst du auch in deinem Raum gucken? Hm? Kannst du über deine Motorhaube gucken? Äh, nicht so ganz. Ich sitze ziemlich weit weg. Auf jeden Fall kann ich mit der Karre wunderschön quer gehen. Ich bin ausgebremst, aber dann bin ich geradeaus im Kiesbett. Weißt du, was mir hier echt gefallen würde? Wenn ich wüsste, wo ich die Handbremse belegt habe. Ah, schon wieder raus. Die erste Kurve liegt mir nicht so. Was der Nachteil hat, das ist schon ein Drittel der Kurven hier, ne? Wie viel rund fahren wir? Neun. Wie viel haben wir? Keine Ahnung. Du hast doch immer die ganzen Anzeigen an. Hier mit dem Wagen lohnt es sich... Oh, hi. Ja, ich hab mich festgefahren. Das war's, glaub ich. Mit dem Wagen lohnt es sich wirklich, äh, dass ich mit beiden Füßen... Oh, hi. Also mit links bremsen. Ich bin gerade so richtig überfordert. Ah. Mein Wagen ist abgesoffen. Okay, ich hab wohl irgendwie, ich hab wohl einmal das Ziel verpasst, weil ich da neben der Strecke war. Die Runde bei mir war gerade eine Minute lang. Die schieben mich. Mein Motor ist abgesoffen. Ja. Äh, das gefällt mir nicht. Eine, eine Runde hat eine Minute gedauert. Okay. Und jetzt seh ich in diesem Auto gar nichts. Ich hab auch das Gefühl, ich sitze viel zu weit hinten. Oh, das ist irgendwie ein... Ich hab nie höher als den zweiten geschaltet. Verdammt. Ah, okay, du bist auch nicht... Ich dachte, du wärst der Erste. Naja, bis mein Wagen abgesoffen ist. Und nicht mehr angeht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, return to lobby. Na ja, ich tein Beniohme. Der ist ein Wind klug.